Hallo 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 Ich such den jetzt Wir sind immer noch auf der Suche nach Franka, Jakka Ach hier geht die Kanalisation rein für Dingsbums, ja? Ja, für dieses Nestor-Gedünster, ne? Okay, also wer wird auf meiner Map grad nicht angezeigt, wo das ist? Wo der Jakka ist? Oh, schau mal hier ist voll das coole Zombie-Pferd, ich würde das auch haben Krieg im Norden, wo ist denn Stammesführer der Jakka? Sind sogar Fliegen drumherum Was kriegst du denn, Versagen wird's leicht? Mensch, die Hufe müsste mal wieder gemacht werden Gar nicht Also das kann ja wohl nicht wahr sein, und die Mäne wurde auch schon lange nicht mehr gekämpft Es sei, dass wir ja ein Pferd kriegen Dass es zu seinem Ende kämpfen kann Ja, wenn ich das Pferd kriegen würde, würde er super aussehen Äh, ja, oh Ja, und jetzt? Ich suche jetzt nach den Stammesführer und Ja, ja, klar Ich würde schnell die Foundry machen, damit wir rote Diamanten kriegen Ja, ja Und ich mir endlich ein Pferd kaufen kann, dann kaufe ich mir das hier Äh, ja Aber ich kann denen das sogar reinspringen, weil es ein Zombie-Pferd ist Ich steh jetzt da drin, ich steh im Arsch Na toll Das ist zu Kram Guck, da guckt mein Gesicht drauf Wenn's ein Stammesführer ist, dann müsst ihr doch rein theoretisch auch irgendwie Die, ähm, ja, so in König und Gemächern und so umhängen, oder? Kann man das nicht kaufen? Ja Theoretisch Nein, irgendeine Hütte Nein, irgendeine Hütte Das war ja Das war und das eine Ratte Und das Bestienbetreuerin Ne, Abenteurer Hau mal hier Bestienbetreuer? Ah, das sind ja Bestien, ja Feldwebe Hm Wie brauch ich denn von diesen Achso, ich Was heißt denn Stammesführer auf Englisch? Ach, hier kosten die Gold und, äh Äh, Chef Ich hab zwei Gold Tief oder so ein Tief Und ich brauch Stufe 20 gut Du hast Halt, zwei hat dafür kämpft Also steht zumindest da Das kannst du vergessen Ich darf nicht zu dem da oben Ne, hä, aber wieso Wenn du, wenn du i drückst, steht unten rechts Ach, wahrscheinlich Ach, nein, nein Warte, wenn ich, äh, die Stufe 20 hab, dann koste nur noch, äh 2 Gold und 50 oder was Wo siehst du das? Ja, wenn ich da draufgehe Wenn ich bei dem Reithändler stehe und dann auf dieses Pferd draufgehe So dass es dann rechts die Beschreibung aufploppt Bei mir da Lohnungsagent Hi Hey, der steht gar nicht da, wenn ich Level 20 bin, koste 2 Gold Ich lege einfach nur da 5 Gold Ja, aber wenn du doch da drüber fährst, dann ploppt doch da rechts daneben dann die Beschreibung auch Achso Hey, das ist Verkaufen Es ist wieviel zu Krieg sein des Verkaufs Ja Ach, 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 ach Ach, 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 ach Ey, du bist aber voller Beschüsse, kriegst du nur noch die Hälfte? Okay, was ist denn das Kauf und gleich wieder weiterverkauf an den hässlichen Spaß? Ja Und wie ich stotze noch so viel Ist das hier? Irgendeine Fromme Warte mal Oh, das Pferd blutet Oh Gott Ich frag mal Wer Ne, nicht in Gruppe Wie kann man hier Chat entern? Slash Oh Get entertet eh keiner Ich will das haben, das sieht cool aus Wenn ich jetzt dazu Ich weiß, dass mir hier keiner antwortet Slash help Help unbekannt Ich weiß, dass mir keiner antwortet Ich so, wer ist Ja, K Vielleicht antwortet jemand Ah, ne, es war jetzt nur der Gruppe Ja Es war so schnell, ich kann schon nicht mehr und mehr da Gold, Gold, Kauf, Gold, Kauf, Gold, Kauf, Gold Das Problem ist aber, dass man es auch einfach nicht sieht Auf der Map Ihr könnt ja einfach mal gar kein Gold kaufen Wieso, willst du das jetzt fragen, wo man Jakob findet? Ja Ja Na, dann google doch Ich kann doch nicht raus tappen Bei Google Zugram oder Lea? Lea So, ich, ne Ja, doch, ein Team Browser Jetzt erst recht Zugram Ihr habt doch ein Team Browser Ihr müsst doch nicht raus tappen Einbrennendes Phr Oh, da steht da hinten eine Eule Als Reitier Ja Für die ganze Zeit Für die ganze Zeit Aber ich will kein Reitier haben, das finde ich sinnlos Ich will äh Wäre mal ganz gut, wenn die das bei Questziele auch mit hin machen könnten, theoretisch Ja Ich will einfach nur jemand, der mit dem mit dem Zestampf kämpft und kein Reitier Ich bin schnell genug Ich bin rein hier Ich nicht Ich will das, ich will das scheiß Zombiepferder üben haben Gib's mir Gib's mir das meins Ich Da kannst du nicht sogar an Rippen festhalten, brauchst du keinen Sattel Mhm So, ich guck jetzt nochmal, wenn man hier raus geht Black Lake Protectors Enclave, Turmviertel, Berg von Pita Es ist eine sehr spannende Folge für die Zuschauer Ja Ja Die schreit bestimmt grad Oh, der ist auch da, da Guck mal Ich guck mal im Turmviertel Geh mal das so viertel zu können Ein Chat einfach Gugel aufmacht und googelt Nee Dreht lieber drei Folgen rum Warum tust du nicht einfach Gugel Aber mir nenne ich, wenn es überlastet ist So, wenn ich jetzt noch giegel Giegel Ich bin gefangen Nein Hier geht's rein Ich guck jetzt mal hier rein Ich versteig mich Was ist hier? Veränderungsmarkt Ja Ich versteig mich gleich Also jetzt, wenn ich im Turmviertel bin und jetzt hier wieder raus gehe Dann sagt er mir, Krieg ist in Ordenswärme irgendwo rum Wo? Gibt uns, dass es hier irgendwo mit auf der Map sein soll, wo man dann hinreisen kann Ja und wo? Na frag mich doch nicht Ja, das zeigt's doch an Hey Eben nicht, das ist mein Problem, ja Das Problem ist so krann Hm Wer ist doch Freiko Aha Bevor es weitergeht, müssen wir ihre Gruppe versammeln Ja, äh, da wo Novo ist Hier nach Dingens Ich bin doch hier Hey, wo ist Novo? Wo ist Novo? Wo ist Novo? Ne, nach Berg von Peter Da ist Novo Ich bin bei Novo Ja Ja Na, ich bin ja kurz im Berg von Peter gewesen und jetzt irgendwie soll ich ja auch auf eine Gruppe warten Du kommst jetzt einfach mal zu uns, Sukram Ja, das ist unfort Ne, ich will's ja, aber Es geht nicht Oh, ein Scheiß hier Scheiß Spiel Es geht nicht Sukram kann ich nicht Ich soll hier, ich soll, meine Gruppe soll sich hier versammeln, bis ich hier irgendwie reißen kann Wo sieht's aus Hier ist doch keine Sau Dann lass mal Sukram einfach mal stehen Ah, Sukram, lock dich aus, komm doch mal rein Oder warte, ich knall dich aus der Gruppe raus Kann ich da selber hinreißen, dann kannst du mich wieder einladen, ne? Mach'n mal Nein, ich stehe an den Stanzwechseln Äh, ich bin ja ignorieren Sukram ist ja in dem Turmviertel bei mir Na, ich bin im Turmviertel, ich will aber auch ein anderes Viertel rein Warum kann ich denn Sukram dich aus der Gruppe werfen? Offensichtlich, ja? Ich glaub... Weil Sukram Gruppen-Admin ist So? Wie hab ich das geschafft? Keine Ahnung, das wechselt immer durch Alter Sukram Jetzt weg jetzt Geh aus der Gruppe raus Sukram, jetzt geh aus der Gruppe raus, Junge Boah, hab ich hier auch irgendjemanden zum Gruppenführer ernannt? Jetzt kann ich auch gehen Ja Jetzt geh raus Kann ich euch nicht irgendwie über Freundesliste da irgendwie beitreten? Ja, ne kannst du nicht Auf jeden Fall Warum nicht? Jetzt könntest du ja jeder in unserer Gruppe gehen Wir fügen dich schon um Oh, die sollen sonst wechseln? Ja, es war ja nicht so, als ob vorher niemand 300 andere Nutzergruppe gegangen ist Ne, es stimmt allerdings Lea kann ja jetzt Sukram rauskicken Halle der Gerechtigkeit Oh, wie ging das nochmal? Oh Ne, war mit der Wache Ne, war mit der Wache Ne, war mit der Wache Ah ja, stimmt aber Wir haben nicht mehr Fragen Hallo Hi Hallo Einções Hallo 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 na jetzt sehen wir schlecht wo du bist in diesem berg von peter ach da ist der berg von peter und da steht ja neben dem lagerfeuer na du gehst einfach an irgendein tor wo du raus kannst ja wo das sind doch 12 wir müssen sie an einfach sammeln karte gucken da oben 502 meter na dann wo ist denn jetzt mal so gewesen wo man hier durch konnte hier oben bei nur 20 das große hier oder frei bier für alle wird hier gerufen ja klar so berg von peter okay so dann musst du noch leer hoffentlich kommen wir jetzt alle in die gruppe wieder rein machen und da im moment alter nee ich kann das auch schluss so kann ich ja auch die art schluss er hat sich um die schweißen zu lang all das geschafft Fertig oder Zeit sind viel, viel, viel zu lang ehrlich, da wird man da will soo oder, bei mir ist der Balken schon Millimeter vorhanden jetzt geht's bei mir soo wie heißt denn so kram soo, not responcing, na dann warten wir mal, bis er wieder responds soo, jetzt responster ja, bei mir liegt das gerade so schrecklich lang ja, ah hier, ich bin da hallo, hier ist Fragezeichen hier ist Wirt, Mikram danke, es werde ich brauchen ich hab Bier, ich hab Bier ich muss schon Bier trinken übrigens kann man mit B das wunderschöne Welt umgucken bist du schon drinnen? ja so, jetzt hab ich nur noch Kriege im Norden so kram ist Bergkot-Dieter-Eins so kram muss man in Stanz wechseln ja, haben die Warten doch auf dich wir sind sicherlich immer noch 14 ja, weil wenn, wenn ich irgendwie hier in Stanz beitreten will, dann passiert absolut gar nix Karte, kann ich, geht nicht M Karte ja, kann ich auch nicht, kann ich keinen Stanz wechseln hier dann wohl Solo in der Gruppe das heißt, wir müssten theoretisch dann irgendwie alle irgendwie rausgehen und dann gesamt hier rein und so das ist das Problem hab wieder gebraucht ich bin da ja, jetzt gehen wir alle nochmal raus gehen nochmal gehen nochmal aus der Gruppe raus, du kram komm zu uns in die Instanz ja, es geht doch nicht alleine wir müssen alle zusammen in das Ding rein das ist das Problem ich möchte auf uns in die Instanz kommen ja, es geht nicht das ist ne, ist das, das hier ist instanziert das Ding, ich kann jetzt nicht in den Instanz, in den Channel weg oder im Ding es wechseln heisst das so viel wie, wir müssen nochmal zurück oder was? genau wieso müssen wir nochmal zurück, das kann Zugram auch zurück gehen ja, aber ihr müsst auch zurück gehen, ansonsten komm ich nicht zu euch Meister geh zum Trainingslager ach ne, wir müssen gar nicht zum Trainingslager wir müssen von Berg und Pita weg ach, Zugram da ist unter der Minimappe so ein lustiges Türchen mit rotem Pfeil können wir da raus alles nur wegen Zugram, ey hey, ich glaube Pita ist jetzt nicht wieso Zugram nicht bei uns ist ja, weil ich doch vorhin aus der Gruppe raus musste weil Zugram schon vorgestürmt ist zu Pita der Nervsack nein, ich bin ja nicht vorgestürmt sondern ich musste ja raus aus der Gruppe wegen, weil ich in dem scheiß Turm da drinne hier festhing naja und dann nicht raus konnte, weil ich halt auf meine Gruppe warten sollte die nicht da war so, jetzt stehe ich hier jetzt haben wir Meister so, jetzt gehen wir alle zurück oh ich stehe jetzt hier so beim Wasser ich bin wahrscheinlich in einem anderen Ding ins Trinne ja oh, ist das anstrengend ich sehe absolut niemanden doch, du bist 334 Meter von uns weg ich sehe gar nichts, das ist ein Problem Zugram ist blind, ey, ehrlich ich sehe euch nicht so, jetzt da unten gehst du nach links die Treppe gehst du runter links ja, jetzt gehst du da lang geradeaus nicht vor die Wand laufen nicht vor die Wand jetzt fern dir ja, äh dem Pferd hinterher ja, dem Pferd hinterher einfach der Sukram ne schwimm, schwimm mit dem Sukram ich sehe euch nicht, ich sehe euch nicht wo ist ein dir? es fährt es fährt keine Ahnung, die hat das nicht so ganz unter Kontrolle, glaube ich die kann nicht reiten, die Alte mit dem Sukram, ja aber ohne mich hättet ihr das nie gefunden so, was müssen wir jetzt machen mit dem Typen hier lauern ich gehe jetzt zum Trainingslager, gut ich gehe jetzt zum Trainingslager habt ihr wohl schon gemacht, ja, oder? ja der war doch gerade noch das Trainingslager von wegen ich, ich stürme vorne wie heißt die Quest? wie heißt die Quest? wieso ist das kein Trainingslager, oder? ich muss mich erst anmelden beim Stammesführer, hallo melde dich mal beim Stammesführer an das Eis ist ja immer hier so episch na wo ist denn der? na hier genau in der Mitte kann ich nicht ansprechen ich auch nicht was steht denn bei euch bei J da? bei mir steht G zum Trainingslager J, tägliches Fauntry, oder was? ja ne, Krieg im Norden ne, Krieg im Norden beim Stammesführer Jaka im Krieg melden richtig kann ich aber nicht ansprechen hey, das haben wir doch der weil ihr habt schon vorgearbeitet ja, ihr habt ihr habt einfach gearbeitet als würde ich hier noch nicht dauern Zugang war woanders und ich hab noch geladen hm ich konnte es davor auch nicht aber zum Trainingslagern da standen wir drei doch da dann gehen wir euch jetzt alle nochmal raus beenden diese Quest nehmen sie nochmal neu an und dann gehen wir hier wieder eine rein, ja? ja das ist mir volle Putter am Arsch wecken, ey als ich ganz nicht hey, ohne Scheiße als ich ganz nicht annehmen na, wenn ich es nicht machen kann dann kann ich mir die ganzen Zeit ihr Scheiß hier sparen das stimmt an- strengung pura ja oh 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 warte mal, warte mal warte mal, warte mal wir hätten wir hätten wir hätten wir hätten einfach ohne Zugang starten sollen ja das wäre viel einfach gewesen ich bin raus weil ich es mir schenken kann Zugang, äh Küros ist aber auch aus unserer Gruppe raus ja ja ich bin auch noch nicht aus der Gruppe raus ja ich 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 will jetzt mal alleine da hinreisen und gucken ob ich es da dann alleine annehmen kann gut, wir warten sollen ja probier's mal ihr müsst eh wieder zurück weil wir eh dann da wieder herreisen müssen ja, stimmt ja, dann können wir auch jetzt gemeinsam mal kurz wir machen das jetzt alles so, aber von vorne alles alles gemeinsam damit so Kram auch bei uns dann ist naja, deswegen und damit auch das Weihungs bei uns dann ist, ne so, aufgeben warte mal, dann dann drück dich mal hinzu in die Gruppe so muss der machen jetzt warte doch mal so jetzt kommt alle in die Gruppe und dann machen wir alle die Taste wo L machen Krieg im Norden Engels Krieg im Norden oder nicht, nicht, erst einmal alle in der Gruppe sind erst einmal alle in der Gruppe sind so So, wie kommen wir jetzt die Quest äh Sukram ist verwitter falsch Sukram muss mal zu uns kommen Ach der Sukram ist immer falsch Irgendwo ist der Sukram falsch welcher Channel sei dann ja siehst du doch in der Freundesliste äh ich hab mal ne Quest abbrechen zum 10.000 Mal j j und dann auf die Quest 15 15 15 15 15 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 9 9 9 10 5 5 5 4 5 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 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 6 6 7 7 8 7 8 9 11 11 11 12 12 12 12 15 15 15 15 12 12 14 14 15 15 15 16 16 15 16 17 16 16 17 Perk von Pita, ja. So, alle da? Ja. Warum dauert das jetzt? 8 Sekunden! 5, 4, 3, 2, 1. Meins. Leute, im Ernst. Oh, verlaublich hab's nicht mehr geschafft. Pass auf, jetzt ist leer aus dem Kopf. Ein Millimeter aus dem Kreisen, deswegen reicht's quasi jetzt nicht reißen. Wieso bei mir leid, so? Oh, jetzt leg das mir wieder zu lange. Komm zu einer anderen Stanz. Ich hab jetzt Berg von Pita, gell? Ist richtig. Oh, ey, war jetzt vielleicht auch schnell. Naja, jetzt bin ich da. So, jetzt kann ich das alles nochmal annehmen. So, ich hol mir jetzt nochmal hier ein Bier. Danke. Ja. Sind jetzt alle da, ja? Ja. Ach, so. Ja, wie bitte? Trainingslager, ob wir was... Ja, alles klar, gut. Jetzt auf zum Trainingslager. Alle da? Ja. Zuka, aber hast du es auch geschafft. Ja, leck mich, scheiße. Du gehörst keine andere Instanz. Ach, Lea. Weil das jetzt so zu Ende bringt, dass das auf die Platte von unseren werten Herren Novo draufpasst. Ja. Richtig. Oh, das ist ja doch ne Quest. Das hör doch schon zu Zeiten mal. Wollte ich annehmen. Oh. Jetzt habt ihr aber echt Glück gehabt, weil ich kam gerade mehr als ich angenommen habe. So, jetzt teleportieren wir uns. Ihr seid jetzt alle da, hallo, hallo. Ja. Lea ist da. Die Teleportation könnte nicht ausgeführt werden. Zeirol ist da. Zu Kram. Ja, so. Huh. Ich wollte es so spannend machen. Wir sind so langsam. Erhalte Tipps von allen Veteranen. Ich hole mir jetzt erstmal einen Tipp. Ey. Ihr macht, ihr macht vor den Fehler, dass ihr die Quäste früher anheben nennen. Wenn der nächste Gelegenheit hat, hab ich den fast wieder gemacht. Wir machen den Fehler, dein Internet macht einfach nur einen Fehler zu lang zum Laden. So, das war natürlich. So, was jetzt? Nächstes. Ich bin bereit, der Ankertyp ist auch noch. Jawohl. Oh, Gegner. Oh, der hat sich auch gerade geschnitten. Oh, der hat sich auch gerade geschnitten. Ja, der ging voll ab, was ein. Ich hab einen Gegenstand. Kann ich aber nicht nehmen. So, haben wir auch gemacht. Gibt's ja Alltagskauf, Punkt für Punkt. Ja. Ich mach mal Gegner. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, tot. Bam, 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 bam. Tot. Gut. Lektion 3. Komm, schneller, ich hab keine Zeit. Uh, das wird schwer. So. Boah, das ist ja. Boah, das ist ja. Bam, 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 bam. Boah, das ist ja. Schnetzel, bam, bam, Schnetzel. Da drüben sind noch welche. Ja, ist schon weg. Fertig. Nächstes Sektion. Es wird hier einfach. In der Ahnung. Ihr bittet das 1 gegen 1. 1 gegen 1. Na klar. Ja. Wusst und so. Was? Noch mehr Training? Der Abschluss. Oh, jetzt haben wir hier zwei. Oh, Alter. Äh. Wie sind denn hier? Der Abschluss. Das wissen wir denn jetzt. Ach, machen wir den Abschluss. Wollen wir hier so einen Typen anquatschen? Ja, Quatsch mal irgendeinen Typen anzukrammen. Mach mal. 1. 1. Hab ich. Der Kämpfer zu mir. Die Kämpfer zu mir. Ich bin hier. Hallo. Kann man uns anfangen? Worte, Worte, Worte. Ich muss ihn auch anquatschen. Ja. Ach so. Jeder muss das machen. Ich glaub wir müssen jetzt einfach hier durch. Ist bei euch auch noch das Fragezeichen? Ich kann da nicht durch. Ja. Ich kann da auch nicht durch. Ich drücke das Tor F. Ja. Ja und dann ist da so ein Punkt Punkt Punkt. Kann da kein Tor öffnen. Ja. Ja jetzt gehts. Ja jetzt. Bei mir ist das Tor gar nicht aufgegangen. Ich bin grad durchs 2 Tor gelaufen. Pfff. Ich würd mal sagen super durchdacht hier. Na ja. Oh da ist ein Typ. Oh nur reden. Hallo. Trainingsmeister. Kriegsschrei. Hallo. Wir haben die Kriegsschrei. Mach auf die Hütte. Wir haben die Kriegsschrei. Wir sind hier. Gegner. Gegner. Oh das ist spannend. Meine Tierchen zu mir. Was geht für die Kumpelnein? Wuuu. Das ist ja lame. Oh jetzt kommt ja der Endboss oder was. Oh Endboss ist nicht wirklich. Oh da passiert was. Kriegsschrei. Nein. Das ist ja doch was. Wir müssen die Farge zeichn immer noch drüber. Ich will ja auch. Ne jetzt nicht mehr. Was passiert denn jetzt? Weißt du? Keine Ahnung. Das war's. Jetzt müssen wir zurück. Ich seh nix. Wir müssen jetzt durch die ganzen Dinger durch. Ich konnte grad was benutzen bei dem Ding. Ja wir müssen hier durch. Wir müssen hier durch. Warte was, warte weiter. Es war's. Warte ok. Was duier... Ikente grad was benutzen. Ja. właśnie. Ich bin noch da in diesen komischen gelben Ding da. Ich bin noch da in diesem komischen gelben Ding da. Bei dem gelben ding da. Jawoll. Ach hier, Interaktion. Ja gut hahaha. Ich bin hier. War ich noch nicht genutzt in dem Video? Achso. Da ist er. Sehr gut jetzt her. Was wollt ihr mit Umgebung? oh Gegner. Die halten auch viel aus, alter. Naja, nein. Ja, nicht. So, schließt eure Kundenausbildung ab. Mach ich. Tschüss. Tschüss. So, ja und nun, ne? Aber im Moment hier. Ach, hier ist das Tor. Seid ihr jetzt alle da? Hier gibt es auch noch zwei Leute, mit denen nicht gehen. Ne. Wir wollen durch das Tor gehen, ja. Zum Berg von Pita. Warteilaufspieler. Wow. Das war eine ziemlich spannende Ausbildung. Der Berg von Pita hat erledigt am Anfang nur ultra lange. Ja. Bestimmt die ganzen Mieren, die dann draufgeladen werden. Auf den Rechner. Die Pita-Mier. Da werden draufgespielt. Ja, da wird's mich freuen. Wenn ich so etwas auf der Computer hätte. Ah hier, hier ist jetzt Kriegsweißer. Epischer Schlagkompjax. So ein Lock four Jokel spielen, oh mein Gott. Okay, wir versuchen unser Bestes. Habt ihr das jetzt alle? Ja. Gut, jetzt müssen wir hier vor. In den Kreis. Das Eis ist ja auch ziemlich im Sorry irgendwie. Oh, Gegner. Irgendwo da drinne. Gegner. Irgendwo in der Masse bin ich drin. Boah, Alter, is lag to stark. Boah, Fein, den krieg ich übelst wie Damage grad rein. Ich hab trotz offener 25 FPS, was ist bei dir los, Alter. So. Boah, ist weg von mir. Ja, ich sehe euch zwar gar nicht, aber egal. Ich seh euch, ich seh euch nicht. Ich seh nur... Ich hast immer ne übelste Ulti reingeschmissen hier. So, was ist denn jetzt da? Ach hier, wir müssen mit Stammesführer Jakka sprechen. Ihr werdet das Portal finden. Portal ist dort hinten. Auf zum Portal. Der du 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 du. Kann das sein, dass ihr unter dem Eis hier glühen. Oh, zum Grafstein sollen wir jetzt gehen, ne? Na hier hin. Hier ist ein Grafstein, ja. Aber ich kann dasjenige mal an. Hallo Grafstein! Ihr geht jetzt in den Grafstein rein. Na, das Eis ist es in euch gewesen. So, hallo. Gegner hier, die Leute hier. Ja. So episch. Guck mal, die folgen mir, ey. Geil, oder? Tötliche Jagd, habt ihr das jetzt auch? Die Quest? Ja. Was? Töte jeglichen Widerstand. Ich hab Krieg im Norden, schreite fort, töte jeglichen Widerstand. Ja, das hab ich auch. Ah, Gegner, warm, 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 warm. Wieso haben wir die eigentlich als Gehilfe? Ist ja langweilig. Weil du die wahrscheinlich sonst alleine machst. Ja, erstens das und zweitens... Könnt ihr wahrscheinlich schnell kaputt gehen, die Leute hier. Dann sehen die alle gleich aus, die Glatzköpfe. Was ist mit dem Anführer passiert? Angriff. Sind die Klonkrieger hier. Angriff! Oh. Oh. Da ist ein Dicker. Oh. Oh, da ist noch ein Dicker. Ich sehe gar keinen. Ich sehe die Gegner gar nicht. Er hat sich grad unsichtbar gemacht, ja? Bam! Ah, jetzt, jetzt seh ich ihn. Oh, die Gegner war schnell kaputt, du. Oh. 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 Was war denn jetzt, eh? Da sind Säcke geschmissen. Hä? Ich seh den gar nicht mehr. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ist kaputt. Ja, sag ich schon, den sieht man aber mal nicht. Bei mir sieht der irgendwie kaputt aus. Aufteilung der Kriegsbeute. Na, und das? Jetzt, mit den intimierenden quatschen. Ja. Oh, jetzt ist hier die Kiste. Annehmen. Langruppen! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-worno. B-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. gebe ich mal drei genau drei drücken und drücken hier auch neue kräfte ich bin level ab und so gedünstet wo kann ich denn jetzt hier zu protectors enclave weiß es auch nicht die fackel ich sehe hier kann gar nichts also f zu protectors enclave was seid ihr denn alle hier weg vielleicht steht ja dann was ja die rennen uns alle hinterher ich hatte es die ganze zeit stehen hier mit f zu protectors enclave oh ich habe gerade zukommen oh hier ist geld meine waffe die ich gekriegt habe war schlechter als die ich davor hatte ich guck mal was ich gekriegt habe durch den typen anlabern oder so was was haben wir denn gekriegt was haben wir denn gekriegt hier habe ich noch was unidentifiziert ist aber ich habe zweimal gleich im gürtel moment es wird mir mehr kraft geben aber weniger robustheit und das bringt mir weniger verteidigt tödliches amulett habe ich gekriegt was nur totaler schrott ist da kommt die hosen ziehen wir mal an dann ist gar keine hose haben wir hier das ist weniger das ist auch weniger gut alles klar jetzt müssen wir doch zu protectors enclave gehen kommen aber wir können auch einfach das ding hier wieder verlassen mit dem ding ins verlassen gedönster die questet schon fertig ich habe was ich habe was für trickser schurke schön okay was denn eh nennen den hemd ne tödliche rüstung ne 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 hamd ne tödliche rüstung aber jetzt gehen wir weg ihr pisser ey jetzt riecht mich auf geil wie viel wie viel hatten was steht denn bei deiner tödlichen Rüstung da also bei Anliegen ihr folgt nur eh noch ein Ding hier Collect Reward man muss erst mal den hat jemand den Reward Collected was für Ding hat jemand die Truhe schon, habt ihr alle die Truhe auf? warte mal ich handel mal kurz mit Lea kann ich nicht, wegen Protektors Enkleid hat doch, handel ah ich will hier doch nur raus nein dann macht das doch einfach über das große das Untertor Minimap da und das Ding wenn sie rausgehen möchten sie diese Mission verlassen und zu ihrer letzten dabei gehen ihre gesamten Fortschritte verloren so gab es schon raus hast du auf Annehmen gedrückt? ja ich hatte auf Annehmen gedrückt, hab ich denn guck mal also wenn mich ist sie noch drin irgendwie hä? muss man nicht irgendwie den Typen anlabern? geht ja nicht das einzige was ich noch habe ist auch eine behandelte Ausweichlederrüstung plus 2 aber das ist sie nicht, ne? ne die handelt man richtig nur wo? na eff irgendwie müssen wir alle mal versuchen aber wir stellen uns einfach mal um den Typen hier drum herum und lauern die ganze Zeit voll ... Allen Allen nur ich halte mal planten hinter dir wer will sich noch mal wer will sich Opfern wir versuchen daraus zu gehen macht schon zu kommen wir hatten dann draußen jetzt haben sie so Rüstung gefunden für dich können wir jetzt mal irgendwie rausgehen dann geht es umsteht euch alle mal um den Typen drumherum und laubert den voll ich sehe hier viele Typen der eine hier mit dem unterschieden Namen kommt doch mal zu uns hier wir stehen alle um so einen Typen drumherum und lauern die ganze Zeit voll mach das auch mal ja mach ich halt die ganze Zeit schon na aber Leo fehlt ja noch das Problem ich könnte wenden am Ende muss ich es leer machen ich kann den nicht mehr ansprechen drück mal F1 auf ah ah ey fickt euch doch hier planten Mann dann geh halt raus zuletzt auch kurz rückkehren das geht bestimmt auch na probier mal ich kann mit dem gar nicht reden ne suka probiert ne ich probier gar nix ja jetzt hat es jetzt kam mir auch ein Ton von wegen hier geht doch irgendwas auf wo wo irgendwie kam es hier das dann irgendwie tontisch was komm wir gehen jetzt einfach mal zurück boah ey die Glatzköpfe gehen mir auf den Sack ne ich will hoffentlich ist dann die Mission weg wo wo ist gegnerischen was sie was so ja doch geht gut was du hast einfach nur verlassen ja ja ich hab sie jetzt verlassen er hat zwei letzten Karten zurück ja jetzt geh ich hier zu dem Typen der ist wo wo ist der Kobold hab schon wieder vergessen hab schon wieder vergessen da ist bei dem großen Gebäude an der Seite wo müssen wir jetzt hin zu dem Kobold da vorne läuft doch nur wo rum hey wir haben doch jetzt eine geeignete Foto-Request abgeschlossen wieso geht das jetzt nicht ich spreche die mal an wenn es nicht geht dann ist mir das so egal so hallo ich kann bei dem kein Request abgeben ich glaub wir hätten gebt eure Astral Diamanten hier aus wir hätten das anders machen müssen wir hätten hier oben bei The V-Tree da klicken müssen wie na bei neben der Karte na egal das machen wir dann in der nächsten Folge danke für uns morgen für euch auch morgen alles bis dann tschüss tschüss tschüss